Hallo und herzlich willkommen, ich bin Tritean und wir testen einmal Ace of Spades, ja keine Ahnung wie das ist, aber ein Klassenkamerad von mir hat davon mal geredet und ja, starten wir einfach mal, ich wusste nicht wie das Spiel anfängt, deswegen habe ich gleich mal auf Fraps Aufnahme geklickt, während des Downloads habe ich schon Fraps gestartet, sicherheitshalber. Eins, darf ich auch was machen, eins, nein, kann man nichts in den Options ändern, egal, hui, ne Granate, okay, also, das Spiel ist nicht wirklich, oh scheiße, wo ist sie? Da, ist nicht wirklich kreativ, das sind Blöcke und ja, alter, alter, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist mit der Waffe los, was ist mit der, boah, was war denn das? Ja, ich will noch mal was machen, ich will aber nicht die... Mann, was soll denn das denn? Oh, ich bin hier im Bunker. Alter, was ist denn mit dem Spiel los? Äh, komm ich nicht mal rauf. Ja, komm ich mal runter. Alter, nee. Komm, lass es, lass es einfach sein. Wie wechsle ich die Klasse? Nee. Kann man hier auch Textchat machen? Change my class. Ich frag einfach mal. Ja, hier, ich hab gefragt. Komm, warte mal. Hä? Hä? Achso. Reloading? Wie macht mal Reloading? Okay, also... Äh... Alter, übertreib. Weiterhin. Ja. Äh... Von... Von wo? Da bin ich. Das bin ich. Also der da liegt. Nein! Ich will diese dumme Klasse. Ja. Mann, kann ich nicht mehr durch meine eigenen Granaten sterben? Hoi! So, und jetzt, wie wechsle ich? Ja, da wurde jemand gekickt. Äh, ich weiß aber nicht warum. Ich will eine andere... Alter! Kann ich die auch wechseln hier? Kann ich die auch wechseln hier? Oh, hier. So. Mal gucken, ob ihr es wisst. Ach Mist. Jetzt hab ich hier... Da, da, da... Da, da... Alter, ohne Scherz. Mit der Steuerung muss man erstmal klarkommen. Von wo! Ja, da... Ja, da, 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 da... Ja, da, da, da... was ist denn das ein verkacktes E? Jemand schießt auf mich. Alter, ich will hier zwei Te- Alter, ich hab's gesagt. Ihr kleinen Fehler, ey. Ohne Scherz, fickt euch. Ich durfte hier nicht mal etwas fertig schreiben. Mann, wie wechsle ich die Klasse? Ne, falsch. Wo spawne ich denn? Nicht. Hätte ich auch kühlen. Nö, geht nicht. So. Ah ne, da ist einer von uns. Ha, mag gut gehen. Also einer von meinen klassischen Kameraden hat gesagt, dass er das irgendwo auf Youtube gesehen hat. Ein Video darüber. Und hat gesagt, dass ich auch mal ein Video davon machen könnte. Das Schöne ist, man kann sich hier seine eigene Festung aufbauen. Durch, durch, was können die mich killen? Mein Gott. Wenn ich nicht langsam rausfinde. Ich mach einfach mal Yes. Wer hätte denn damit rechnen können, dass das Spiel plötzlich dann aufhört? Ich dachte, man kommt woanders hin. Ich bin jetzt mal so frei und nehme zweite Waffe. Okay, das ist nicht. So, jetzt müssen wir erstmal einen Gegner finden. Wir sind anscheinend im grünen Team. Mal gucken, wo steht unser Name? Da ganz unten. Da ganz ganz unten. Rang 29 oder so. So. Er rennt. Er rennt. So. Mal gucken. Was ist hier mit diesen Leuten schönes gebaut haben? Wollte nicht sein. Warum kommt man hier nicht durch? Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht, wie die Leute hier durchgekommen sind. Ach, vielleicht so. So. Äh, ja. Mal gucken. Kann man ja auch so viel machen. Was passiert, wenn ich hier runter springe? Oh. Ja, ich bin ins Wasser gesprungen. Das. Zu meinen Beinen tief war. Das war... Ey, was sind das jetzt für die Namen bei mir? Problemschusszeichen. 3. Kleines R. Großes B. Tritin. Fell too hard. Ich weiß nicht mehr, was da stand. Ach, was ist meins. Na, 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 na. Was ist denn das für ein Jochen? So. Okay, dann graben wir uns hier mal runter. Oder suchen wir uns eine runtergegrabene Stelle. Und da gibt's ja nur dumm ab. Ei. Ich komme nicht raus. Da rein. Ups. So. Ja, toll. Futter Schnitte? Ach ja. Ne. Mein Gott. So, jetzt müssen wir hier aber mal lange runter kommen. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht mal einen Gegner hier zählen. Boah. Au. Au. Egal, graben wir uns jetzt einfach runter, ich will ja jetzt hier nicht die ganze Zeit zu dumm rumwarten, oh, es wird auch dunkler, dunkler, so, wir graben noch tiefer, jetzt dann sind wir direkt schon hier, free, dann kommt man hier nicht raus, lol, mal gucken, ob ich mal, ja, ach, so kommt man auch hoch, ja, mal gucken, lol, hallo Gegner, wo seid ihr, auf, 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 ich wusste, ich wusste es, was ist Switch bei diesem Spiel, you have one medikit, na schön, oh, oh, man, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ob ich mich freigraben, so, so, hier runter, hier passiert, oh mein Gott, ich bin tot, sag ich doch, Mann, was sind das, äh, Steuerung war ja so schnell, peng peng, peng peng, naja, also, free to play, äh, play, ganz gut, aber wirklich als ernsthafter let's play kann man das auf hab ich ihn, hab ich ihn, hab ich ihn, wo steht das, wo steht das, try it and killed, ja, bam, headshot, bam, I'm proud, okay, jetzt hab ich schon mal einen killed, oh, au, Scheiße, boom, na, ist klar, ist gesund, haha, peng 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 peng, oh, wo steht das, ich hab zwei Stück gekillt, so muss es sein, und was soll denn das hier sein, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht, sehr schönes Fadenkreuz hier, ja, darf ich ihn nochmal runter, ich weiß, wo ich runter will und wo nicht, so, jetzt hier nochmal vorsichtig gucken, ja, kann voll gemacht, Bam! Wo steht er? Wo steht er? Da! Try it in! Mit einem Headshot! Ich hab ihm nur einen Headshot gekillt! So! Mal gut gehen! Oh, hab ich mich erschrocken! Ja, ich hab hier jetzt das Eis gebrochen! Ich bin vorgerannt und mein Team ist mir schlauerweise gefolgt! Ja, und das heißt, wir könnten eventuell gewinnen, wenn ich hier rauskomme! Sonst haben wir natürlich keine Chance! Ups, natürlich! Wie komm ich denn da? So, jetzt stürmt ja mein Team richtig vor hier! Ja, ist klar! Ist ganz klar! Ich weiß bloß immer noch nicht, wie man irgendwas machen kann hier! Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin da! 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 Und zwei, drei, vierter! Und wie war das nochmal mit Rennen? So? Ne! So! Ja, geil! Ich würd' mal sagen, ich spiel einfach diese Runde vorbei! Nein! Nicht darunter! Warum nicht hier? Das war hier dann, oder? Nein! 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 Nicht darunter! Ich dachte schon! Oh, ich hör's! Ne, doch nicht! Okay, wo ist er? Da ist einer! Das war meiner! Oder? Ja! Ich hab Manuel gefüllt! Da ist er! Meiner! So! Ja, warum ist denn der nicht da reingesprungen, ey? Ganz ehrlich, boah! Unnötig! Das Lauf, wenigstens! Lauf! Boah, komm ich nicht mal durch! Mann, der gräbt hier ein Loch, ey! Das ist halt bescheuert! Na, dem im Arsch geschirrt, ne! Idiot! Das hab ich gesehen! So! Na, hüpf rauf! Schnell! Na komm! So! Ich glaub, ich versuch's nochmal oben rum! So! Lol! Hallo! Ist klar, ist klar, ey! Wie wechsel ich denn? Mann! Ich kann doch nicht immer aus dem Game rausgehen! Was ist doch für ein Popperle! Wohin muss ich jetzt! Manuel schreibt hier! Ja! Ich weiß, dass ich nach da muss! So! So! Und hier jetzt! Und dann hier! Holy shit! Ich falle fast hier runter! Mal gucken! Wo sind denn die Gegner? Da ist irgendwas! Ja! Gekühlt! Ja! Dann lass mich rein da! So! Mal gucken! Wo denn? Ja! Warum komm ich da nicht rein? Ich steh doch direkt davor! Oh! Wie erschrocken! Hallo! Hallo! Warum hauen die jetzt hier ab? Mitten vom Kampfgeschehen! Und warum backe ich irgendwie so da durch? Ich drücke jetzt einfach ganz auf Leertaste und dann wird schon irgendwas passieren! Oder auch nicht! So! Mal gucken! Mann! Wie gräbt hier mal diese dummen Löcher! So dumm im Kopf! So! Oh! Oh! Ein bisschen zu hoch! Mache ich mir einfach hier einen eigenen Weg hoch! Hä? Was ist los mit dir? Ne! Ich auch nicht! Mann! Jetzt bin ich in dieser Höhle gefangen! Über mir geht die Action ab! Wieso? Ich bin in dieser Höhle gefangen! Nimm das mal so! Oh! Wieso? Oh! Mann! 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 Ich bin raus, endlich! Also er ist noch nicht raus aus dem Map, aber... Also raus aus dem Link. Aber er ist noch nicht schnell weg. Was hat denn der da Tolles? Gerade schneller! Wo geht's hier raus? Hier! Ich komm hier aber nicht raus! Oh Alter! Wenn mich jetzt ein Gegner sieht, wäre das natürlich schon ärgerlich. Aber ich mach einfach so. Geht ja auch nicht. Ja eben hab ich das doch auch geschafft über so eine Höhe. Was in Minecraft oder Minetest schleichendes... ...dass in diesem Spiel rennen. So! Ja! Ja! Ich wusste! Ich wusste, dass sowas passieren wird! Echt mal nur? No! No no no! German! Hallo! Hallo Mensch! Man! Irgendwann lerne ich das nochmal wieder rennen! Ich bin der aus Deutschland! Ich bin der Triteen! Ich bin der Triteen! Oh! Geh weg! Oh! Ob ich das... Hä? Killed der Hardy! Der Hardy! War gerade der Hardy, der Hardy von... Der Hardy Pizmel! Geil! Wuuuhuuu! So! War ganz lustig! Ähm... Ja, aber... Hat noch ziemlich Bugs! Ähm... Schade eigentlich! Egal! Äh... Kann man sich mal downloaden! Äh... Vielen Dank fürs Zugucken! Bis zum nächsten Mal! Und tschüss! Ich hab mich noch mal ganz kurz... Äh... Ganz spontan entschlossen doch noch eine Aufnahme zu machen! Und ja, eins möchte ich euch kurz zeigen! Wenn ich nicht aufnehme, bin ich gleich der Beste! Ähm... Wie ihr sehen könnt! Bin ich gleich erstmal auf Platz 1 geschossen! Weil ich dachte mir... Hm... Irgendwie ist das doch ganz cool! Und wenn ich schon bei... Äh... Im Spiel... Ein bisschen reden muss! Dann kann ich auch... Äh... Mal ein bisschen tiefer gehen! Um zu verstehen wirklich um was es geht! Und... Dann ist mir aufgefallen... Ja... Mach ich mal einfach eine Aufnahme! Dabei... Konnte ich richtig durchrushen! Und dann muss man einfach hier immer aufpassen bei den Gängen, dass hier keiner hinter ist! Und immer so ein bisschen seitlich gucken! Damit man sogar beide Gänge abschließen kann! Und dann... Hups! Halt schon... Halt schon Knopf wieder! Boah! Das kommt davon, wenn man eine Aufnahme macht! Äh... Egal! Ähm... Jetzt aber wirklich! Bis zum nächsten Mal! Und... Tschüss! 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 Dannot時... Setzt schaти! Acht! UCK! Nazis! Tief!